Was war der Antrieb? Was ich Helmut Jahn gesagt hatte, zu den Besten der Welt zu gehören. Absolutes Top-Engineering, verbunden mit hoher Gestaltqualität. Und tatsächlich war für mich klar, das ist tatsächlich Avantgarde. Da ist jemand, der hat eine Theorie vom Leichtbau, der setzt die auch um und der hat vor allen Dingen auch Visionen in seinen Projekten. Da musst du unbedingt hin, da musst du dazugehören. Also viele Architekten, Helmut Jahn allen voraus, aber auch das Büro Forster, haben unsere Pläne eins zu eins bei sich eingearbeitet. Wir verstehen uns also eigentlich als viel mehr als nur als ein Ingenieurbüro. Wir sehen uns als eine Ideenschmiede für die gebaute Umwelt von morgen, vielleicht als eine Denkfabrik, als ein Think Tank. Wir wollen tatsächlich den Wandel vorantreiben und tun das auch aktuell in unseren Projekten. Das ist die DNA. Gestaltung und Ingenieurkompetenz im weitestmöglichen Sinn. Kompetenz im interdisziplinären Arbeiten, Fantasie und Mut zur Utopie. Klar ist, dass die größte Herausforderung tatsächlich die ist, den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist für uns im Bauwesen die maximale Herausforderung. Die Bundesregierung hat ja für Deutschland Klimaneutralität im Jahr 2045 beschlossen. Viele internationale Städte, darunter Stuttgart, haben sich ambitioniertere Ziele gesetzt. 2035. Wir selber haben errechnet, dass das vielleicht noch nicht ganz ausreicht, um tatsächlich die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten. Aber nichtsdestotrotz sehen wir das als die allergrößte Verantwortung von uns tatsächlich, dass wir an dieser Wandlungsdynamik, die im Bauwesen passieren muss und auch passieren wird, weiter die führende Rolle ausüben, die wir über die ganzen Jahre ausgeübt haben. In einer Welt, in der wir für mehr Menschen mit weniger Material und ohne Emissionen bauen werden. Unser Büro hat die besten Voraussetzungen, diese Wege aufzuzeigen und zu gehen. Denn wir sind die Avantgarde. Wir sind die führenden Köpfe für das Klima- und ressourcenneutrale Bauen von morgen. Wir müssen vorangehen. Das war und ist immer unsere Rolle gewesen. Avantgarde. Das stand immer auf der Fahne. Avantgarde in einer nicht einfachen Zeit. Amate. Untertitelung. BR 2018